Und da sind wir schon im zweiten Part dieser Aufnahme-Session. Wir werden jetzt die Retson-Lampen, also die Retsonschaltung jetzt hier beenden. So dass wir dann das mit dem Dekorieren anfangen können. Das ist ja jetzt auch gerade Tag. Und ja, paar haben uns da sind schon eingezogen ins Hotel. Sollen sie ruhig machen. Oh, wir haben ja auch am Ende der letzten Aufnahme-Session herausgefunden... Moment, Moment. Oh, ja. Da. Dass wir für die Retson-Lampen hier nur jeweils einen Repeater brauchen. Und das ist richtig gut. So können wir richtig schön viel Retson sparen. Was in meinem Fall jetzt sehr, sehr wichtig ist. Das wollten wir dann auch einige Repeater jetzt nicht machen müssen. Aber na gut. Ist jetzt halt so. Oh, die Fackel hier kommt auch mal weg. Ähm, das ist jetzt ein Fail. Achso, äh. Nur dann haben wir doch nicht ganz die mit Herwisch. Ach, egal. Oh, Pech. Oh, dann hier, 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 hier. Dann zu dieser Retson-Lampe. Und zu dieser Retson-Lampe. Wo habe ich den Repeater da auf der anderen Seite hingesetzt? Da. Hier wollte ich ja auch noch einen Repeater hinsetzen. Und dasselbe mache ich hier nochmal. Ähm, Leute, es ist doch gerade Tag, warum leuchtet es immer noch? Achso, dann muss ich hier nochmal mit dem Repeater nochmal ein bisschen anders machen. Weil hier noch ein ganz kleines Retson-Signal ist. Weil das ich auch gerne nochmal ausprobieren möchte. Hä? Okay. Ist das neu in der 1.8? Mir wäre es, als wenn man da nur ein Retson-Signal gemacht hat, dass die Lampe daneben nicht angeht. Okay. Sehr interessant. Dann werde ich jetzt hier alles an Verstärkung wegmachen. Falls wir nochmal irgendwas mit Retson bauen, dann werden wir auf jeden Fall, oder haben wir auf jeden Fall ein bisschen Vorrat. Ah, und da sind jetzt die Retson-Lampen aus. So, ein bisschen dunkel gerade hier jetzt dadurch. Aber was soll's. So, hier wäre ich dementsprechend auch nochmal. So. Ich muss mal ganz kurz aufs Handy schauen. Ja, sorry, muss halt leider sein. Ach, da bin ich wieder. Moment, nochmal ganz kurz, nochmal klein. Moment, sorry, sorry, sorry. So, jetzt bin ich wieder voll für euch da. Richtig voll. Und, ja, dann würde ich jetzt sagen, die Retson-Schaltung ist soweit fertig, dass ich hier nochmal ein bisschen was ändern möchte. Ich hab mir jetzt geniegt. Ja, ich hab mir jetzt geniegt. Repeat, also da können wir jetzt auch ruhig ein bisschen, äh... ein bisschen, äh... ein bisschen, ja, verschwenderisch, sag ich mal, äh, umgehen. Oh, wie machen wir das jetzt hier? Hm, hm, hm. Also, ich möchte, dass dann... ruhig hier... dann dementsprechend auch... hier? Oh, und dasselbe. Ja, das jetzt hier auch ganz gut. Dann ist es nicht so... so schön, aber ich mach mal hier. Ja? Und dasselbe hier nochmal. Im Hintergrund jetzt eine richtig schöne Porte-Musik. Ach, Porte ist ein tolles Spiel. Habe ich selbst gespielt? Naja, den ersten Teil nicht, den zweiten Teil. Und ich war davon sowas dann begeistert. Oh, ja, ach, das war toll. Ach, hier hab ich noch nicht verbunden. Dann werde ich das hier noch machen. Und hier, äh, der Repeater wegmachen. So, noch ein Repeater, ja, ist es. So, dann würde ich mal sagen, wir sind hier fertig. Ich gehe ganz schnell nochmal in mein Lagerhaus. Oder, ne, wir machen es anders. Ich mache einen kleinen Cut. Ihr werdet davon nichts merken. Ich werde in diesem kleinen Cut, werde ich mein Inventar vorbereiten für das Dekorieren. Und wir sehen uns wahrscheinlich vor dem Hotel wieder. Bis gleich. Kurz Musik pausieren. So, bis gleich. Und da bin ich wieder nach diesem ganz kurzen Cut. Denn es wird gerade dunkel und... Oh, ja, ich wollte gerade schauen, ob jetzt das Licht angeht. Aber es ist jetzt schon an. Dann können wir... Äh... Äh, dann können wir ja mal hier die... Äh, die, äh... Erdtreppe hier mal abbauen. Und wieder Musik anmachen. Ja, ich habe jetzt dann ganz schnell wieder, äh... Angemacht, weil ich jetzt gehofft hatte, dass es noch nicht an ist. Aber, okay. Jetzt muss ich da erstmal wieder hochkommen. Ja, ich habe hier ein bisschen was, äh, ins Inventar gelegt. Ich hoffe mal, das reicht fürs Erste. Das Redstone-Gedöns. Alles weg. So, dann hier, hier, hier. Ja. Und ich denke mal, am Ende der Aufnahmesession, also in der nächsten Folge am Ende, werde ich mir mal erlauben, in den Fly-Mode zu gehen. Mal alles von oben mal zeigen. Ich kann es ja hier ruhig nochmal von der anderen Seite zeigen. Äh. Oh, er hat anscheinend jetzt ein paar kleine Lacks. Ja, so sieht das jetzt hier aus. So wird vielleicht das Samtnebel sein. Ja, auf jeden Fall, ja... Werden wir ja jetzt hier ja ein bisschen die Räume dekorieren, aber ich will vorher nochmal ein bisschen was anderes machen. Ein bisschen was anderes machen, und zwar hier einen Eichenbaum pflanzen. Mit Knochenwehen natürlich. Ja, der ist schön geworden. Und ein bisschen Laufsammeln, weil ein bisschen Lauf werden wir auch gebrauchen. Schon ein Tretz-Songer hätte ich noch einen, äh, Close-Songer hätte ich noch einen mitnehmen können, aber das habe ich jetzt nicht angedacht. Ja, fisch. So, und halt jetzt den Baum richtig abnehmen. So, äh, sorry, super für Hilfe. Wenn du nicht schreibst, wo du bist, kann ich dir auch nicht helfen. Hm. Ja, auf jeden Fall, äh, ich will dann auch ein bisschen drinnen mit Laub dekorieren. Und, naja, das werdet ihr schon alles sehen. So, hier den Eingang haben wir schon ein bisschen gemacht. Äh, Prost und so kommen hier auch noch dran. Stimmt, hätte ich mal die Schafe scheren können. Kann ich dann im Nachhinein nochmal machen. Ich habe ja hier schon mal ein Bett stehen, das... Die anderen zwei Betten habe ich in einen anderen Raum verfrachtet, erst mal. So, und dann werde ich mal sagen, wir fangen hier mit dem ersten Raum an. Oh, ich werde trotzdem nochmal kurz zurückgehen, äh... So, so, wenn ihr mit in der Mitte meint, in der Mitte des Dorfes, dann ist es für einen der E sowieso da lang. Sonst kann ich ruhig nochmal am Spawn vorbei schauen, wo ob er da ist. So, auf der Karte sehe ich ihn nicht. Doch, da... Ich versuche ihn mal zu schlagen. Oh, ja, er leckt extrem. Ja, es ist eine Internetverbindung, äh, da kann ich leider nichts machen, weil ich sehe hier auch schon andauernd bei Yamachi, dass er wirklich... extrem schlechte Internetverbindung gemacht hat. Ich habe schon so gemacht, dass er überhaupt auf uns auf uns kommt. Na, so, da... So, das geht leider nicht. Ich schon, wohin, da nicht eigentlich. So, wir brauchen ein bisschen Wolle. Ähm, ähm, so, bitte zu. Ein Ei haben wir auch, naja, heute Eier brauchen wir gerade nicht. So, jetzt haben wir 38, weil das müsste fürs Erste reichen. Das war noch ein Schaf. Ja, das hole ich mir auch nochmal ganz schnell. Also, nicht das Schaf, sondern die Wolle. So, auf den Kartoffeln habe ich auch nur noch 18, ja. So weit ist er bisher gekommen. Sehr interessant. Ja, ich weiß, das war ein bisschen fies jetzt, so. Aber, äh, gegen Internetverbindung, so schlechte Internetverbindung, da kann... Das ist halt nicht, was in meiner Macht steht. Ja, der Zauber läuft ja auch sehr, sehr stabil. Merkt ihr ja auch, weil ich hier baue. Ja, so, merkt man. Na? Wo ist das? Muss ich jetzt nicht verstehen. So, dann... Und ich hier mal ein bisschen... Ach, hat schon heute ist mir... Wir müssen zu wertvoll und... Oh, da fällt ich stammt. So, ich will mir dann nicht paar... äh, Dinger, ja... Sie wissen die Gemälde machen. So, vom Stück erstmal. Und hier mal ein bisschen mit Gemälden schon mal hier dekorieren. Das wird jetzt auch vielleicht ein bisschen nervig. Ah, das ist schön, aber am falschen Platz. Ich hätte gerne hier so ein 2x2-Bild. Ja, hier zum Beispiel. Das da. Und... Ich muss mal schauen, mit Licht, mache ich hier so ein Doppellicht und dann... Oh, nee, so ein großes Bildbildchen. Und hier, so. Aber bestimmt kommt hier jemand an und zerstört die Bilder. So, die Fackel mache ich hier nochmal ab. Die kommen hier oben. Ja, dann hier bei dieser Wand wäre vielleicht auch noch was Nettes. Aber erstmal will ich hier die Zimmer einrichten. Was ich in dieser Aufnahmesebene nicht schaffe, das werde ich dann aufs Gehen machen. Damit wir in den nächsten, äh, in den nächsten paar Zellen wie... ...schönen auch Füllen vorgehen können. Wenn das damit dabei bleibt, aber ich hoffe mal. Oh, ich hätte gerne hier und wie, hier die Betten. Zwei Betten hätte ich da gerne. Früher nochmal ein Bett aus dem anderen Zimmer. Ach... Achso, nicht diesen Spawner, so. Er meinte hier. So, ich werde ihn mal ein bisschen zur Hilfe eilen. Aber ständig helfen kann ich ja leider auch nicht. So, äh, das ist noch ein Sklepp. Und... Ah, noch Lass zu nehmen. Daneben. Ah, Mini-Zombie. Mini-Zombie. Und Sklepp. So, das Zeug, das brauche ich jetzt trotzdem mal hier zu Knochenmehl. So. Mehr kann ich jetzt auch nicht helfen. Das wird jetzt auch wieder Tag. Dann können wir ja mal schauen, wie es jetzt hier, bei welcher Helligkeit das ausgeht. So, hier. Stopp mal bitte. So, bitte aus. Splat. Sonst haben die erst recht hier. Ich versuche es auch im Bild zu halten. Ja. Naja, ist doch noch ganz schön. Also, dort doch noch ein bisschen. Aber dafür ist es, wenn es ein bisschen dunkel ist, ist es zu dunkel dann hier. Hat auch was. Out. Out. Und jetzt können Sie es langsam ausgehen. jetzt sind nämlich schon ziemlich dunkel ziemlich hell sondern ist ganz schön weit oben dann dauert es wird dann ist es wirklich da muss ich da noch mal auf gehen oder so noch mal was ändern am reich das hier aufstehen das ist bisschen doof wenn es jetzt wirklich schon total hell ist und immer noch anders alle von wie dann für was wollte ich eigentlich ach ja ich wollte mir ein paar treppen machen und zweitig gerne akazienholztrappen das dürfte ja auch fürs erste reichen zwei nehmen so und zwar hier und da dann hätte ich hier über sonn ja dann sind zweimal zwei gemälde oder einmal zwei also zweimal 1 oder einmal 2 ja das war schon richtig aber ich hab's aus dem weg geklickt jetzt reicht's aber ich hatte das da müssen die auch mal im nächsten update oder so machen dass man da wirklich auswählen kann welches Bild man da haben möchte so das schöne Eichhörnchen da und das Gemälde ist da ich wollte schon sagen das Gemälde ist jetzt weg aber es ist ja noch da keine keine Angst keine Panik auf der Titanic sie ist schon untergegangen das ist ja ein anderes Thema so dann werde ich hier noch mal ein bisschen Fichtenholz zur Treppe machen das müsste er fürs erste reichen und so wie ich dieses Zimmer mache so werde ich wahrscheinlich jedes Zimmer so ungefähr machen so dann hier 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 so kleinen Schreibtisch obwohl ne Schreibtisch ne ne kein Schreibtisch ja dann hab ich die Treppen umsonst gemacht aber ist nicht so schlimm aber auf keinen Fall ein Schreibtisch dann hätte ich gerne Zäune und zwar Eichenzäune halt 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 ich werde Stöcker aus diesem Holz machen und dann war das so ne jetzt war das falsch ein bisschen Eichenholz haben wir ja aber es dürfte erstmal reichen Hallo Superaffe ja das ist der Olli der Freund von Justin naja Justin kennt ihr ja auch noch nicht er war schon länger Zeit nicht mehr an vielleicht kommt er demnächst auch mal ja na mal schauen ist auch ein cooler Typ ja dann hier weiterbauen der schreibt gerade irgendwas zum Chat mal schauen was er schreibt ähm ja äh ja äh äh äh